Wie verwandelt man eine Decke im Schwarzwald in ein bequemes Hotelbett? Vor kurzem habe ich eine Ad-Kampagne mit bekannten Gesichtern für B&B-Hotels kreiert, unter anderem mit Reisebloggerin Lena. Gefilmt haben wir das Ganze im Schwarzwald und die Idee war, dass Lena die Natur erkundet und am Ende im Hotelbett landet. Für den ersten Shot habe ich Lena einen Schritt aus dem Hotel machen lassen, was dann als Transition zum nächsten Shot gedient hat, wo sie sich dann mitten in der Natur befindet. Danach haben wir dann verschiedene Szenen von Wandern, Joggen bis hin zu Kanufahren abgefilmt und die Schwierigkeit war hierbei, dass es an fast jedem Tag geregnet hat. Wir haben es trotzdem irgendwie geschafft, alle Shots in den Kasten zu bekommen und für die letzte Szene, die als Transition zum Bett dient, habe ich mir überlegt, einen Drohnen-Shot von oben aufzunehmen, bei dem Lena dann auf einer Picknick-Decke liegt und in der Bewegung nach unten entsteht dann die Transition. Und hier kommt das fertige Video. Wo dein Abenteuer auch wartet. Hier liegst du richtig. B&B Hotels